Willkommen zum Seminar internationale Rechnungslegung IFRS kompakt. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Die IFRS besteht aus einem Rahmenkonzept, Standards und Interpretationen für die internationale Rechnungslegung in großen, kapitalmarktorientierten Konzernen und Unternehmen. Sie unterscheidet sich vom deutschen Handelsgesetzbuch HGB und erfordert eine entsprechende Umstellung von Unternehmen. Ziel dieses Seminar ist es, Ihnen fundierte Grundlagen der IAS-IFRS zu vermitteln und diese in praktisches Können zu transferieren. Sie werden in die Lage versetzt, die erforderlichen Umstellungsmaßnahmen von HGB zu IAS-IFRS zu verstehen und praktisch umzusetzen. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!